Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Mr. YouHelp. Ich heiße Armin und zeige euch in meinen Video-Tutorials einige zu den Themen 3D-Animation, 2D-Animation, aber auch Video-Effekte und Video-Schnitt und auch Bildbearbeitung. Außerdem beschäftige ich mich viel mit Spielreflex-Kameras und wie man mit denen auch ganz gut Filme machen kann. Für den Bereich 3D nutze ich das Programm Maxon Cinema 4D. Für die 2D-Animation und Video-Effekte benutze ich Adobe After Effects, für den Video-Schnitt Adobe Premiere Pro und für die Bildbearbeitung Adobe Photoshop. Ich selbst besitze eine Canon EOS 550D, letztendlich ist das aber doch alles relativ ähnlich und man kann anhand einer Spielreflex-Kamera leicht die Grundlagen von allen Spielreflex-Kameras erklären. Mit meinen Video-Tutorials baust du nicht einfach nur das Klick für Klick nach, was ich mache, sondern ich erkläre dahinter noch ganz viele Zusammenhänge und Hintergründe über das Programm, über die Software. So erlernst du schneller selber die Software und kannst dann auch schneller deine eigenen kreativen Ideen umsetzen. Du kannst einfach mal vorbeischauen, schau mal durch meine Videos und schau mal, was du mitnehmen kannst. Ich würde mich sehr freuen, aber wenn du noch mehr erfahren möchtest, dann guck doch einfach auf Facebook auf meiner Seite vorbei. Bis dahin sage ich ciao und bleib mir treu. Dein Mr. YouHelp